Ah. Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas, einem Podcast. Episode 418. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und ihr seid auch super. Das stimmt. Ja, ich hatte es vergangene Woche angekündigt, dass wir die nächste Episode aus dem Studio, aus dem neuen Studio machen würden. Ja, und am Arsch machen wir nicht, weil ich damit nicht fertig geworden bin. Es ist noch nicht aufgebaut. Surprise, hätte ich dir auch vorsagen können. Ja, naja, jetzt ist man halt im Garten. Das ist auch sehr schön. Es ist schön mit dem besten Atmung. Vom neuen Pastorat. Ich gucke auf die Hängematte, die schon hängt. Und auf die Wiese. Die schon wiest. Und auf die Schule. Ich kann dich nicht überreizen. Na gut, okay. Aber sie schult. Sehr gut. Ja, wir sind angekommen in der neuen Casa Schasa. Ich sehe es, Signor. Und ich war schlau. Ich habe zum ersten Mal vor und nach dem Umzug Urlaub angemeldet. Und das ist so schlau, wenn man das nicht alles noch neben dem normalen Arbeiten stattfinden lassen muss mit dem Umzug. Das geht ja auch gar nicht. Ja. Wie ist es denn gelaufen? Umzugsmäßig. Was war dein Gefühl? Stress. Mein Gefühl war Stress. Um Müdigkeit und Hunger. Nee, Hunger ging. Erschöpfung auch. Wir hatten eine sehr große Erschöpfung. Das stimmt. Obwohl wir selber ja fast nichts gemacht haben. Also natürlich haben wir ganz viel vorbereitet und gepackt und geputzt und gemacht und getan. Aber das eigentlich Körperliche, das haben ja die fantastischen Menschen vom Umzugsunternehmen das gemacht. Ja, ich bin in meiner To-Do-Liste nicht annähernd so schnell vorangekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also die haben schneller die Kisten getragen, als du deine To-Do-Liste gestritten hast. To-Do-Liste heißt er. Ich kann das Wort nie wieder normal sein. Ach nee, ich hatte mir ja so ein paar Sachen vorgenommen, die ich erledigt haben wollte, bevor es losgeht und unmittelbar bevor. Und das habe ich nicht alles geschafft. Ich habe übrigens mir vorgenommen, To-Do-Listen jetzt immer nur noch Mittwoch zu nennen. Weil, nee, pass auf, mir aufgefallen ist, dass ich sehr viele To-Do-Listen zum Beispiel auch jetzt auf dem Board, was noch in meinem alten Büro hängt, das du noch abschrauben musst und so Zettel, die so rumfliegen und in meinem Handy, dann mit Mittwoch überschrieben sind, dass ich offensichtlich an Mittwochen oder Dienstagabenden mir häufiger To-Do-Listen geschrieben habe. Und ich vermute einfach, dass so war, dass man montags halt total motiviert in die Woche gestartet ist. Ja. Ich, Mann, ich, so yeah, ich kriege alles hin. Und Dienstag so, okay, ich mache Sachen. Und ich mache sie morgen. Und irgendwann zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen so, nee, ich brauche eine Liste. Dann habe ich immerhin schon mal eine Liste. Ja. Ja, deswegen sind meine To-Do-Listen jetzt immer Mittwoch. Okay. Sehr gut. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, neues Haus. Ich finde es super geil. Vor allem, dass hier in vielen Räumen schon Netzwerkkabel liegt. Das ist wichtig. Ja, das ist total gut. Also wir kriegen zwar erst noch Internet in den nächsten Tagen, aber wenn, dann können wir es richtig gut im Haus verteilen. Also wenn das Internet erstmal da ist, dann ist es auch da. Dann netzt das Inter. Wir sind drei Tage lang umgezogen. Also wir haben vorher schon gepackt und so weiter. Dann kam dieses super Umzugsunternehmen. Lexi, nicht immer Gras fressen. Es ist ein Mischling, ne? Das ist auch ein bisschen scharf mit drin. Lexi. Du musst dem Hund mal besseres Essen geben, dass sie immer nur Gras frisst. Ja, dann haben die das hier richtig weggerockt. Sind am Mittwoch, haben sie alles eingepackt. Am Donnerstag haben sie noch mehr eingepackt. Dann sind sie hier rübergefahren, haben alles ausgepackt. Und dann haben sie am Freitag noch mehr alles ausgepackt. Genau. Und jetzt stehen hier Möbel und Kisten. Alles voller Kisten. Und wir haben schon angefangen ein bisschen zu entpacken. Und der Umzugsmensch hat gesagt, ihr habt schon echt viele Sachen für zwei Leute. Also ich mache hier viele Umzüge, aber ihr habt schon echt viele Sachen. Ich glaube, er sagte auch, ich habe schon eine Menge gesehen. Ja, wir sind ein bisschen, wir schmeißen halt zu wenig weg. Wir haben aber auch so viel Chaos. Ja. Aber nee, die haben das gut gemacht. Können wir Werbung machen? Warte mal, wie heißen die? Nikolaisen. Wilhelm Nikolaisen aus Husum. Wir können die empfehlen. Ja. Obwohl, vielleicht warte ich nochmal damit, bis die Rechnung kommt, ob das auch alles so wie verabredet ist. Nee, klar, die sind schon super. Genau. Ja. Jetzt heißt es halt, wir müssen noch sehr viel auspacken. Ja. Mein Schreibtisch ist kaputt gegangen. Ja. Mein höhenverstellbarer Schreibtisch. Der verstellt sich zwar noch, aber der ist jetzt schief. Dann rollt mein Kulli immer so runter. Das wollen wir nicht. Ja. Das haben wir schon angezeigt und dokumentiert. Anzeige ist raus. Naja, man muss das bei den Anzeigen. Anzeige ist raus. Der Schreibtisch ist kaputt. Ja. Aber abgesehen davon hat es ja insgesamt sehr, sehr gut geklappt. Immer, wenn du sagst, abgesehen davon, denke ich, ist der Podcast schon zu Ende? Nee, hat gut geklappt. Genau. Jetzt ist alles hier. Das Schöne ist, hast du auch schon letzte Woche vom Haus an sich erzählt? Nein, nein. Das Schöne ist, dass wir einen schönen Garten haben, in dem der Hund rumlaufen kann, weil der Garten ist ganz eingezäunt. Ja. Und wir haben wieder eine Terrasse, auf der wir gerade sitzen und wo der Hund gerade durchs Efeu läuft und nach Grashalm sucht. Ich weiß nicht, was sie macht. Ja, ganz merkwürdig. Aber das ist alles sehr schön. Das ist alles richtig schön. Gegenüber ist ein Friedhof. Da war gerade ein Reh. Da habe ich gerade ein Reh aufgeschucht, aus Versehen. Ja. Das ist schon cool. Und die Lage ist auch gut, weil die Nachbarn sind… Alle entweder tot oder nachmittags weg. Genau. Denn gegenüber ist der Friedhof. Hinter dem Haus ist die Grundschule. Und daneben ist eine Kita, die schon fertig ist und eine, die gerade noch gebaut wird. Ja. Also wir sind vormittags, also bis ungefähr 14 Uhr, ziemlich umgeben von Kindergeschrei. Ist laut. Das ist doch ein bisschen präsenter, als ich gedacht hätte. Aber dann in deine Man Cave geht's. Ja. Ja, mein Studio ist im Souterrain. Keller. Souterrain. Keller-Kind. Und wenn man da die Fenster zu hat, dann hört man eigentlich nichts. Das ist ganz gut. Ja. Allerdings ist auch Wand an Wand mit der Waschküche, also den Schleudergang von der Waschmaschine, den werde ich wohl auf der Aufnahme haben, dann in Zukunft. Schwierig. Das heißt nur, dass wir uns mehr abstimmen müssen, was meinen Broterwerb und unsere Hausarbeit angeht. Doch, mach du doch einfach die Wäsche, dann müssen wir uns gar nicht abstimmen. Auch gut, ja. Schwierig ist eine Idee. Der Hund ist auf der Decke. Der Hund ist auf der Decke. Ich gehe immer kurz hinterher, du kannst ja schon mal weitermachen. Ja. Ich glaube, der war ein anderer Hund. Genau, also der Garten ist komplett eingezäunt, auch in alle Richtungen eingezäunt. Das ist schön. Aber gelegentlich bedeutet das eben auch, dass man den Hund aus dem Blick verliert, weil es hier auch ein bisschen gebüschig ist und es grundsätzlich einen Zugang zur Straße gibt. Da ist zwar ein Tor und sie kriegt das nicht auf, weil sie dann ja keinen Daumen hat und auch relativ klein ist. Wenn du hier mitspielen möchtest, dann musst du ins Mikrofon sprechen. Ich kann ja wohl laut genug rufen, dass es in dein Mikro ankommt. Nee. Nee? Nee. Na gut, mach mal weiter. Also was war dein Take zu der Tür? Es gibt einen Durchgang zur Gemeindehausterrasse und dahinter ist erst das Tor und da sieht man sie dann nicht mehr, wenn sie da rüber. Ach Gott, sie ist süß. Sie ist, oh Gott, sie ist so süß. Sie ist gerade so an Jörn hochgesprungen und ist so mit ihrem Vorderbein auf seinem Vorderbein. Hä? Bein. Meine Vorderbeine sind Arme. Achso, nee, dann auf dein Hinterbein. Ja, danke schön. Arme. Ja. Du bist doch schon wieder albern, mein Schatz. Das ist bekannt. Das war das Lexi-Update für diese Woche. Was ist denn jetzt noch zu tun? Was haben wir heute noch da alles noch zu tun? Das Wichtigste ist aber, dass wir ein Kinozimmer haben. Ja. Ja. Das haben wir auch schon ausprobiert. Da steht der Beamer und wir werden irgendwann hoffentlich tatsächlich mal eine Lösung für die Kinosessel haben, dass die nicht ganz so wackelig stehen. Aber wenn wir eine Lösung finden, dann finden wir sie in diesem Raum. Ja, das Kinozimmer, bestes Zimmer. Ja, genau. Die Frage kam auf, warum wir ein Kinozimmer haben und meine Antwort ist, wir hatten mehr Beamer und zu wenig Bälle für ein Bällebad. Aber wir könnten ja noch so ein Planschbecken mit Bällen dazustellen. Das ist auch noch so ein Bällebad da drin. Das überlasse ich dir. Anschaffung und Reinigung. Ja. Ja, was? Wenn da einer drin sitzt und seine Cola verschüttet oder sein Popcorn verliert, muss sich ja auch jemand drauf machen. Dann muss der das doch mal machen. Achso. Da darf keiner, Cola ist verboten im Bällebad. Echt? Ja, na klar. Oh, scheiß Bällebad, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Kein Essen und Trinken im Bällebad. Nicht vom Becken ranspringen. Nicht vom Bällebecken ranspringen. So, bitte. Das weiß doch jeder. Ja. Draußen nur Kännchen. Draußen gibt es nur Kännchen. Genau. Ja, wir müssen natürlich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten auf beiden Seiten erledigen, wie hier zum Beispiel sehr viel auspacken und sehr viel auch Lampen neu anbauen. Wir haben noch gar kein Licht im Esszimmer. Das ist dein Job. Das ist mein Job, da eine Lösung zu finden. Und im alten Haus müssen wir noch die Übergabe vorbereiten. Das ist aber jetzt auch irgendwie mit… Auch noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen was liegen. Eineinhalb Tagen Arbeit verbunden, würde ich mal schätzen. Und noch ein paar Touren zum Wertstoffhof. So sieht's aus. Das müssen wir noch machen. Aber das kriegen wir auch hin. Wir kriegen alles hin, weil wir der Hammer sind. Achso. Ja, das sagen wir immer. Das ist unser Ding. Wir schaffen das, weil wir der Hammer sind. Weil wir der Hammer sind. Der Hund hat sich verheddert. Sie ist im Kabel-Salat. Das ist die erste Folge von Jörn Schaas für einem Podcast, wo es zweimal Lexi-Update geht. Also der Hund hat es geschafft. Wir sitzen ja auf der Terrasse mit diesem ganzen Kabelgelöt vom mobilen Podcast-Studio. und der Hund dachte, es wäre eine gute Idee, sich von uns kraulen zu lassen und dafür zwischen den ganzen Beinen von uns Menschen rumzulaufen. Nur da sind leider auch die Kabel. Da sind leider auch die Kabel. Lexi, du bist sehr hübsch. Hundebeine anheben. Sehr hübsch. Kommi. Und jetzt ist das Tier wieder frei. Sehr gut. Sie werden aber auch stehen bleiben. Ja, zu Recht. Sie ist auch immer noch sehr schön. Weil das der beste Streichelplatz ist, den wir haben. Worüber reden wir denn noch? Hast du letzte Woche vom Gottesdienst erzählt? Ich habe noch nicht vom Gottesdienst erzählt, nein. Ich hatte einen sehr schönen Abschiedsgottesdienst. Das wollte ich nur sagen. Es war sehr schön. Ja. Alle haben geweint. Wollen wir das erklären, was das für ein Gottesdienst war? Erzähl du doch mal darüber. Also wenn eine Pastorette ihre Stelle wechselt, dann wird sie von der alten Stelle durch ihren Dienstvorgesetzten, dem Probst, entpflichtet. Und das geschieht im Rahmen eines Gottesdienstes, einem sogenannten Abschiedsgottesdienst. Und dazu waren, ich würde sagen, 150 Leute gekommen. 140 stehen im Buch. Ja. Aber ja, irgendwie so. Also irgendwie was deutlich mehr als sonst. Sagen wir es mal so. Und es war ein toller Gottesdienst mit ganz, ganz viel Musik und ganz vielen emotionalen Highlights. Unter anderem auch Tilda. Wir haben halt Grußworte. Also ich habe halt gesagt, erst mal hatte ich gar keine Grußworte aus bestimmten Gründen. Und dann haben diese Gründe sich aber von selbst erledigt, sodass Grußworte möglich waren. Jörn hat es wie ein Unfall aussehen lassen. Das stimmt nicht. Ich habe es gar nicht aussehen lassen. Ich hatte nichts damit zu tun. Achso, ja, genau. Zwinker. Zwinker, zwonger. Ich musste Zwinker sagen, weil es ist ein Audio-Podcast. Es ist ein Audio-Podcast. Ich habe das nicht gesehen. Ja, dann haben wir gesagt, ich finde Grußworte halt hinterher immer so, ich will hinterher nur noch Kuchen essen eigentlich und schnacken. Und wenn man schon einen Gottesdienst hinter sich hat und dann kommen nochmal zehn Leute, die ihre Reden schwingen. Boah, wollte ich nicht. Deswegen dachte ich, mache ich das mal im Gottesdienst. In der Erwartung, dass vielleicht drei, vier Leute was sagen würden. Ja, es waren dann am Ende so ungefähr zehn. Die ganzen, ich weiß es nicht. Ja. Und sie haben ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Und ja, auch fast alle halt spontan. Ja. Weil es ja nicht, in der Einladung stand ja nichts von Grußworten. Genau. Es war so, ein liebes Gemeindemitglied hat das dann moderiert und weil ich dachte, das ist ein bisschen komisch, wenn ich meine eigenen Grußworte, also die für mich moderiere. So, Leute, wer will mir was Nettes sagen? Und hat Britta das ganz toll gemacht und dann kamen immer mehr und immer mehr nach vorne. Und halt nicht so, sonst ist ja einfach oft so die offiziellen Vertreter von Vereinen oder irgendwas, ne? Das ist doch sonst ernst. Genau. Das war auch zum Teil, obwohl ja eigentlich nur Schule, ne? Die Schule war da. Die Gemeinderat. Die Gemeinderat, ne? Die Gemeinderat, ja. War auch da. Und sonst, ja, der Elternvertreter von der Kita. Ja, Tim war früher Elternvertreter. Achso. Das war schon längst nicht mehr. Genau. Also das war halt mehr so Privatpersonen quasi. Leute aus der Gemeinde. Leute aus der Gemeinde, die einfach was sagen wollten. Und dann kam Tilda. Ja. Tilda ist sechs, gerade frisch eingeschult. Und eine Freundin des Hauses. Kann man glaube ich sagen. Und sie ging nach vorne, ließ sich das Mikrofon geben und hat gesagt, ich finde es traurig, dass Gesche weg ist und dass dann auch Lexi nicht mehr da ist. Aber sie hat, ja. Ja. Das war ein bisschen emotionaler als das jetzt. Ja, natürlich. Ich kann das nicht so gut mitnehmen. Es war sehr emotional. Sie hat geweint. Ja. Es war sehr süß. Es war sehr, sehr schön. Können wir ein Foto dazu mit in den Podcast reinstellen? Ja, klar. Können wir machen. Das war also am vergangenen Sonntag nach der Veröffentlichung der Episode 417. Und danach gab es ja auch noch Kuchen. Danach gab es richtig viel Kuchen. Und die große Freude war, dass Christina von Christinas Traumkuchen, manche, die uns mal besucht haben, kennen sie noch. Sie hat das Café ja nicht mehr, aber sie hat nochmal Kuchen gemacht für mich, für meine Verabschiedung, inklusive Carrot Cake. Das war fantastisch. Es war so schön. Der Chor hat auch gesungen. Es war so schön. Ja. Ich könnte fast vergessen, dass ich Gründe hatte, diese Gemeinde zu verlassen. Ja. Aber jetzt sind wir hier. Genau. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass ein paar Menschen aus Rödemus manchmal deinen Podcast gehört haben. Grüße bitte. Also falls es jemand von euch hört, ihr seid wunderbar. Ich danke euch für das, was schön war und für den schönen Gottesdienst. Ja. Und jetzt sind wir hier und haben schon festgestellt, dass der Bäcker im Ort sonntags zu hat. Und der Lose nicht mehr existiert. Der im Nachbarort nicht mehr existiert. Aber nichtsdestotrotz, wenn man denn beim Bäcker einkaufen gehen kann, das habe ich jetzt schon die anderen Tage alle gemacht, seitdem wir hier sind, seit Freitag sind wir hier. Und du warst ja nur hier unterwegs, hast ja überall schon eingekauft hier und da. Bei Rico, beim Schlachter, beim Bäcker. Ja, also Bäcker, die Leute sind schon morgens gut gelaunt, die Brötchen sind fantastisch gut. Der Schlachter direkt nebenan macht richtig gute Wurst. Ich hatte die Unzuchtsleute nämlich, die hatten am Freitag gesagt, Mittagessen wollen sie nicht machen, weil sie so schnell fertig sein wollten. Und dann haben wir gesagt, dann holen wir wenigstens ein paar Brötchen, dass sie sich was schmieren können. Und dann gab es eben natürlich auch Wurst für drauf. Und das war richtig lecker. Ich habe die Reste verputzt, die sehr gut waren. Und dann gibt es ja diesen Schnellimbus hier im Dorf, Rikos, der Drehspieß nach Dönerart anbietet, aber auch Pizza und Burger und diversen Kram aus der Fritteuse. Und da waren wir eigentlich auch fast jeden Tag jetzt, manchmal sogar zweimal. Ja. Nee, stimmt ja gar nicht. Ach so, doch. Ich hatte einmal Pizza und einmal Pommes, stimmt. Ja, aber am gleichen Tag. Nee. Nee, genau. Ja, und der weltbeste Christoph war auch noch da. Ja, der hatte sich spontan angekündigt oder halb spontan. Wir hatten schon ja durchaus verabredet, aber halt so zum Helfen. Wir haben Kartons ausgepackt und die Garage aufgeräumt und lauter so Kram gemacht, was uns hier enorm geholfen hat. Das war richtig gut. Und so ist Ankommen jetzt dann doch gerade ziemlich einfach, finde ich. Ja, finde ich auch, aber ich habe keine Lust, die ganzen Kartons noch auszupacken. Nee. Warum haben wir so viele Sachen? Ja, weil wir nichts wegschmeißen. Leute, macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Schmeißt Sachen weg. Schmeißt einfach alles weg. Dinge sind Ballast. Weg damit. Ja, aber andererseits wäre es auch ganz schön leer in so einem Pastorat ohne Sachen. Aber ganz ehrlich, die Hälfte würde auch reichen. Ja. Deine Hälfte, richtig? Die meintest du doch. Oder? Ich würde nicht sagen pauschal meine Hälfte, aber dieser Fernsehtisch, ja. Ich finde den so gut und der begleitet mich jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Ja, so sieht er auch aus. Aber er ist so praktisch und so gut. Aber immer wenn du beschreibst, warum du an dem Fernsehtisch hängst, fällt nie das Wort schön. Das ist ja auch ein Funktionsmöbel. Das muss nicht schön sein, sondern praktisch und gut. Das hat eine Funktion. Nämlich den Fernseher tragen und man kann den Receiver drunter stellen. Das ist extra ein Fakt für. Alle Möbel haben auch die Funktion, dass sie einem gefallen, dass sie das Haus schöner machen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, das war ein Fakt. Das war jetzt keine Frage. Das war kein Diskussionsbeitrag. Nee, das war kein Diskussionsbeitrag. So, so. Ja, und dieser Fernsehtisch. Ja. Das ist so hässlich. Ich habe den gekauft 2003, 2004 für meine erste richtige, echte Wohnung, die mehr als ein Zipp hat. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, sich zu trennen. So, deswegen habe ich, ich habe wenig emotionale Bindung zu Sachen, aber dieses Ding mag ich. Das ist jetzt ausgerechnet die eine Sache, zu der du eine emotionale Bindung hast. Ja. Leider ja. Aber hättest du den dann nicht gerne, mehr in deiner Nähe, zum Beispiel, wenn du arbeitest? So ein emotional Support, Fernsehtisch in deinem Büro. Aber wofür brauche ich denn einen Fernsehtisch, wenn da kein Fernseher steht? Du, der ist so praktisch. Den kannst du für so viele Sachen benutzen. Du kannst da Sachen raufstellen, du kannst da unten Sachen reintun. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Johann Schaasfeiner Podcast. Alles Gute. Tschüss. Wir schmeißen ihn trotzdem weg.